Beim größten Jugendtreffen der Welt bin ich hier in der Nähe von Krakau beim Weltjugendtag 2016. Über zwei Millionen Menschen sind hier versammelt. Wir waren jetzt mit Franziskanern aus Österreich in Polen und haben zehn Tage lang junge Leute begleitet. Polnische Familien haben uns sehr freundlich aufgenossen. Jetzt beginnt hier die Vigil, das Abendgebet zum großen Fest, das dann morgen sein wird mit Papst Franziskus. Viele werden sich fragen, was motiviert die jungen Leute hierher zu kommen. Ich denke, viele wollen sicher weltweite Gemeinschaft erleben und Polen kennenlernen. Ich bin überzeugt, dass die meisten mit ihrer Reise hierher nach Polen ein Zeichen setzen wollen. Sie wollen damit ausdrücken, Gott ist uns wichtig, der Glaube ist uns wichtig. Ich denke, die Welt vergeht und wir werden den Sinn unseres Lebens erst dann finden, wenn wir es auf Gott ausrichten. Und deshalb möchte ich für uns hier und für alle bitten, Gott schenk uns ein sinnvolles Leben, das ausgerichtet ist auf dich und auf deine Liebe. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020